Das könntest du sein. Und das dein erster Tag bei Gilgen. Das ist ja mitten im Nirgendwo, denkst du gerade noch. Und dann bist du schon da. Boah, ich bin ja schon hier. Das Onboarding machen alle zusammen. Aus allen Bereichen. So machen wir das bei Gilgen. Familiär gehört zur Kultur. So wie unser moderner Showroom. Auch zur Kultur gehören Teamarbeit, Vertrauen, Wertschätzung, Eigenverantwortung und eine offene Feedbackkultur. Ehrlich und unkompliziert. Wir haben immer offene Türen. Außer die müssen aus Sicherheitsgründen geschlossen sein. Gilgen ist in der ganzen Schweiz zu Hause. Aber vertreten sind wir auf der ganzen Welt. Bei uns öffnen sich Türen und Tore. Wortwörtlich. Du kannst dich weiterentwickeln, weiterbilden, aufsteigen und doch auf Augenhöhe mit allen bleiben. Das könntest du sein. Du könntest aber auch sie sein. Oder er, sie, sie oder er. Du bist du. Und weil du du bist, machst du Gilgen zu uns. Wir sind Gilgen und unser Team ist es, was uns zu Gilgen macht. Weg zuerst.